Wir alle wollen mehr Sichtbarkeit, mehr Traffic, Expertenstatus und natürlich neue Kunden. Aber welcher Weg ist eigentlich der richtige? Welche sozialen Medien lohnen sich eigentlich? Wie kann ich wirklich als Experte wahrgenommen werden? Und was sind genau die Schritte dahin? Genau diese Fragen werden wir heute klären. Ich bin im Interview mit Jonathan Laufer von Logical Lemon Consulting und ich freue mich darauf, heute einen Deep Dive zum Thema YouTube-Marketing zu machen. Hallo Jonathan! Hallo René, ich freue mich auch drauf. Schön, dass wir übrigens auch bei dir sein dürfen. Wir sind hier in der logischen Zitrone angekommen, also bei Logical Lemon. Und wir werden uns heute einmal genau anschauen, für wen ist YouTube eigentlich interessant, ab wann macht das Sinn, was sind so die typisch größten Fallstricke, die viele Leute falsch machen. Weil wir wissen das alle, es gibt Kanäle, die 300, 400 Videos haben und so gut wie keine Abonnenten und keine Kunden generieren. Und es gibt Kanäle wie zum Beispiel deinen, der 45 Videos hat, über 400.000 Abonnenten erreicht oder halt dann auch dementsprechend wirklich viele, viele Kunden und Umsatz bringt. Und wir wollen heute mal genau schauen, wo sind eigentlich die Unterschiede? Das wird super, ich freue mich drauf. Und jetzt starten wir mit dem wahrscheinlich doch wichtigsten Punkt doch gleich mal zu Beginn. YouTube ist ja eine sehr alte Plattform eigentlich. Also im Vergleich zu TikTok oder auch Instagram dann doch ein fast altes Medium. Sag mir doch mal bitte, was zeichnet eigentlich YouTube im Vergleich zu Instagram, TikTok, LinkedIn? Was zeichnet das aus? Wo sind die großen Unterschiede? Oh, das ist eine umfassende Frage. Super spannend. Da kann ich direkt mit einer Anekdote rein starten. Und zwar vor kurzem saß ich mit dem Team von Liebschau und Bracht, das ist einer der größten YouTube-Kanäle so in der Dachregion im Bildungsbereich mit über zwei Millionen Abonnenten zusammen. Und wir haben einmal reingeschaut in die demografischen Daten. Wer guckt denn eigentlich die Videos? Sie sind im Bereich so, wenn man akute Schmerzen hat im Knie oder im Rücken, dass sie einem da helfen. Und die, weißt du, wo der, also in der Demografie, in der Altersstruktur, was würdest du vermuten, war der Peak, wie alt Leute sind? Gute Frage. Ich würde jetzt natürlich bei dem Thema Rücken- und Knieschmerzen auf eine grundsätzlich tendenziell ältere Zielgruppe vermeintlich, also hätte ich jetzt mal auf 45 geschätzt. Spannende Schätzung. Vor einigen Jahren war es auch noch so. Also vielleicht vor fünf, sechs Jahren, wenn man einfach mal in der Historie schaut, haben die meisten Leute, die diese Videos geschaut haben, die waren so um die 45. Mittlerweile ist der Peak bei 65 plus. Oh. Die Spitze, die machen vielleicht so 20 Millionen Aufrufe im Monat. Und die meisten kommen von Leuten, die über 65 Jahre sind. Jetzt hat sich natürlich an dem Problem nichts geändert, weil Rückenschmerzen haben natürlich nach wie vor meistens halt Leute ab, also, ja, ab 30 schon. Aber die meisten halt ab 60 garantiert so schlimm. Da kommen wir auch noch irgendwann hin. Ja, da arbeiten wir uns noch vor. Und das ist total faszinierend, weil es einfach zeigt, wie stark sich jetzt oder welche Zielgruppen jetzt alle auf YouTube sind. Es gibt mittlerweile niemanden mehr, der nicht auf YouTube ist. Ich kann mich an früher erinnern, da war immer dieses Thema YouTube, naja, sollen wir jetzt Katzenvideos machen oder was? Das war so die Meinung, die Unternehmen hatten damals so vor zehn Jahren, wo es dann hieß, wir machen jetzt YouTube-Marketing. Und mittlerweile würde man das dann eher von TikTok behaupten. Wollen wir jetzt tanzende Teenies oder machen wir ernsthaftes Business? Und bei YouTube stellt eigentlich keiner mehr die Frage mittlerweile. Sind alle bei YouTube? Genau, also von der Demografie her ja. Und natürlich dann auch von den einzelnen Branchen. Also egal, ob man jetzt Ärzte erreichen möchte oder Geschäftsführer oder so. Weil die haben ja zum Beispiel auch Rückenschmerzen. Okay, also halten wir fest, ich erreiche alle Zielgruppen über alle Altersklassen schon mal bei YouTube. Guter Punkt. Was unterscheidet YouTube noch von anderen Kanälen? Ja, wenn wir einmal kurz ausholen, warum man eigentlich, also viele Leute, die ein Hochpreisangebot haben, das erklärungsbedürftig ist, führen ja in der Regel Beratungsgespräche. Weil nichts so überzeugend ist wie ein echtes Gespräch. Korrekt. Der Nachteil an einem echten Gespräch ist allerdings, ich kann halt immer nur so wirklich mit einer Person sprechen, um in die Tiefe zu gehen. Genau. Das heißt, echte Gespräche schwer zu skalieren. Jetzt haben YouTube-Videos den Vorteil, wenn man ein Zoom-Beratungsgespräch führt, dann, was sieht denn ein Interessent? So, er sieht ja dann dich auf seinem Bildschirm, er hört dich über die Lautsprecher. Das heißt, er sieht ja effektiv ein Video von dir auf seinem PC. Ein interaktives Video natürlich, aber es ist nichtsdestotrotz im Kern ein Video. Und genau diesen Gedanken greifen wir auf und machen einfach das, was man üblicherweise in Beratungsgesprächen macht, teilen das also ein in einzelne Videos. Und auf YouTube kriegen wir die skaliert Interessenten zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann anfangen, ein Vorverkaufsgespräch zu führen, noch bevor sich Interessenten eigentlich bei einem melden. Man kann also Einwände entkräften, man kann sein eigenes Angebot erklären und sich somit einen massiven Vorteil gegenüber allen Mitbewerbern schaffen, die einfach diese Chance noch nicht nutzen. Weil wo kauft denn ein Interessent, wenn er jetzt gerade so in der Recherchephase ist, zu welcher Agentur soll ich gehen, zu welchem Coaching-Anbieter soll ich gehen? Ich meine, da, wo ich mehr Informationen empfinde, wo ich die Person besser kennenlernen kann, wo ich das Angebot besser kennenlernen kann, da melde ich mich ja dann am Ende des Tages auch. Das ist für mich auch das Spannende eigentlich an YouTube, dass es so diese zwei Welten vereint zwischen jemand sucht etwas, wie du sagst, sie suchen Informationen, also Search, aber auch jemand lernt mich kennen, der mich gerade noch nicht kennt. Also es ist ja doch eine interessante Mischung aus Suchmaschine und Social Media. Das ist so für mich ein ganz spannender Punkt damals gewesen, auch als wir uns unterhalten haben auf der Dachterrasse nochmal zu sagen, ja klar, es gibt natürlich viele Leute, die folgen dir auch auf diesem Medium und du hast hier die Möglichkeit, ja den Content ganz anders aufzubereiten. Also es gibt ja eigentlich auf keinem, also Podcast, Bücher, wäre jetzt für mich nochmal so ein anderes Medium für Deep-Dive-Content, aber ansonsten gibt es, wo gibt es sonst mal Deep-Dive-Content, wenn nicht auf YouTube? Also man könnte noch argumentieren, Webinare, die haben aber den Nachteil, dass sie halt immer hinter einem Opt-in sind und ich muss mir die Zeit dafür freischaufeln. Ich kann das nicht einfach konsumieren, wenn ich gerade möchte. Also natürlich auch nicht vorspulen, nicht nachspulen und so. Genau, genau. Also Webinare haben ihre Daseinsberechtigung Vorteile, aber sie haben eben auch Nachteile, die YouTube dann tatsächlich schließt, diese Lücke. Also ich kann jederzeit den Content konsumieren. Das Thema Suche, das du angeschnitten hast, ist auch so ein wichtiger Punkt, weil die größte Suchmaschine auf diesem Planeten, das ist Google und die zweitgrößte Suchmaschine ist direkt YouTube. Was ja zu Google gehört, wie wir alle wissen, ist ja ein Unternehmen. Ein Unternehmen, ganz genau. Das heißt, in Google sehe ich ja dann auch YouTube-Videos. Das heißt, wer googelt, sieht YouTube und wer auf die zweitgrößte Suchmaschine ausweicht, ist ja schon direkt auf YouTube. Heißt es dann YouTuben? Google, YouTube. Und ganz wichtig, wer übrigens bei Bing bingt, Bing, Bing, Bing. Okay, wir schweifen ab. Machen wir doch mal einen ganz kurzen Punkt. Wenn ich heute mit einem YouTube-Kanal starte, dann ist es ja nicht mehr so, dass ich automatisch jetzt super schnell super viel Reichweite kriege. Man muss ja schon einen kleinen Marathon gehen, um bei YouTube erfolgreich zu werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das erste Video mache und habe sofort super Reichweite und werde zum Influencer. Wenn wir jetzt mal so die Best Practice nehmen, was ist so deine Meinung, wie viel Zeit muss ich einplanen, um einen YouTube-Kanal profitabel aufzubauen? Ja. Bevor wir da reingehen, sollten wir vielleicht mal auf einen typischen Fehlglauben eingehen, und zwar, dass man Reichweite braucht. Spannender Punkt. Fangen wir da an. Weil Reichweite macht nicht automatisch reich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe ja selber, also ich war ursprünglich YouTuber, wenn man so will, habe diesen Kanal aufgebaut unter 100 Videos, über 400.000 Abonnenten. Aber dieser Kanal hat selbst in den besten Monaten über so Affiliate-Einnahmen und wie man halt so eine Reichweite in den Influencer-Kanal eigentlich dann monetarisiert, so viele abgeworfen wie heute in einer sauschlechten Woche. Also da liegen Welten dazwischen. Und du hast natürlich den zweiten Kanal. Also du hast ja einmal, gibt es ja den Logical Lemon-Kanal, der mit den vielen Abonnenten. Und es gibt auch den Logical Lemon-Consulting-Kanal. Der hat irgendwie, aktuell stand heute glaube ich 3.000, 4.000, also 3.800 Abonnenten oder sowas. Und damit machst du erheblich mehr Umsatz. Erheblich mehr, genau. Also wir kriegen alle unsere Kundenanfragen im Prinzip organisch, durch unser organisches Marketing. YouTube ist bei uns so das zentrale Element im Marketing. Und wir nutzen dann YouTube-Videos als Zweitverwertung zum Beispiel, dass wir sie verschriftlichen und dann auf LinkedIn posten oder so. Aber YouTube ist im Prinzip so das zentrale Medium bei uns. Und jetzt müsste ich in unsere Zahlen reinschauen, aber ich würde sagen, so um die 100 Leads im Monat bekommen wir dadurch. Vor allem muss man dazu sagen, es sind ja nicht Leads Leads. Also es gibt ja drei unterschiedliche Arten. Es gibt ja mehr, aber mindestens drei unterschiedliche Arten. Der Leads sollte man ja unterscheiden. MQL Marketing Qualified Leads, Sales Accepted Leads, SAL und Sales Qualified Leads. Und man muss dazu sagen, dass die, die ihr generiert sind, ja eigentlich alle Sales Qualified. Die haben ja die höchste Qualität, weil die haben ja den ganzen Content konsumiert und kommen ja im Prinzip nur noch mit Abschlussfragen. Das ist teilweise wirklich erstaunlich, weil ich das noch von früher gewohnt bin in Beratungsgesprächen, dass ich erst mal erkläre, was machen wir denn eigentlich. Und wir haben da so einen ganz neuen Ansatz, dass wir keine YouTube-Kanäle bauen, sondern ein YouTube-Funnel eigentlich. Wenn ich dann ansetzen will, dass mir dann Leute so ins Wort fallen und sagen, ja, das weiß ich schon. Ja, wir haben ja deine Videos gesehen. Und das ist absolut faszinierend, wie viel Zeit man sich da eigentlich sparen kann, um seine Dienstleistung zu vermitteln und mit wie viel mehr Vorvertrauen Leute dann in die Calls reinkommen. Es ist etwas schwer, das in Worte zu fassen, aber es fühlt sich fantastisch an, wenn man im Sales ist und sich dann nicht rechtfertigen muss, warum man Expertise hat und wie man sich gegebenenfalls von anderen Anbietern unterscheidet. Und dass dann Leute sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ihr mir helfen könnt, sondern dass die einzigen Einwände, die dann wirklich noch kommen, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, sind das dann eigentlich so, ich bin mir nicht sicher, ob ich das umsetzen kann. Ich traue mir das nicht so ganz zu. Also das kommt schon noch. Aber alles andere ist im Prinzip schon gelöst. Das ist elf Meter ohne Torwart. Wunderbar. Unsere guten Untersetzer, über die wir lange nachgedacht haben und festgestellt haben, man kann damit keine Karten ausprobieren, als Untersetzer taugen sie auch nicht. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Jetzt komme ich aber zu der Frage zurück, die wir ursprünglich hatten, nämlich die Frage, wie lange brauche ich denn, um einen profitablen Kanal aufzubauen? Also wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate brauche ich, um die ersten Anfragen, wir reden natürlich von regelmäßig, sondern wirklich die ersten Anfragen zu generieren. Ja, genau. Also letzten Endes, was wir eben nicht brauchen, ist eben eine große Reichweite und hunderte Videos, sondern das, was wir brauchen, ist, dass wir einfach mal so ein kleines Portfolio an den wichtigsten Videothemen angehen. Also rund um das eigene Angebot. So für... Das muss ich ja auch wieder sauber machen. Ja, ja. Wo kommen wir denn da hin? Also alle, die die Tonspur hören, denen geht hier etwas. Ja, die haben verpasst, wie René im Podcast-Interview das Wasserglas umstoßt. Aber ich habe Gott sei Dank nicht die Technik geflutet. Um auf den Punkt zurückzukommen. Genau, also wir brauchen keine Reichweite, sondern es geht darum, dass wir das Angebot so vermitteln, dass Leute einfach grundsätzlich verstehen, wie kann mir dieser Anbieter eigentlich helfen und dass man die typischen Einwände löst. Erfahrungsgemäß ist das ungefähr so mit 10 Videos erledigt. Wahnsinn. 10 Videos ist eigentlich so wenig. Wie viele Kanäle ich kenne, die halt wirklich so wahnsinnig viele Videos haben und trotzdem nichts generieren. Ja. Woran liegt das? Ich würde noch kurz abschließen und dann schauen wir da rein, was eben so die typischen Fehler sind. Also das heißt, wenn ich jetzt mal diese 10 Videos hochlade auf einem komplett neuen Kanal, dann würde ja erstmal mit diesen Videos nichts passieren. Weil YouTube ja nicht sofort anfängt, diese Videos halt hunderten oder tausenden Leuten vorzuschlagen. Aber wenn ich jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt bin, sondern einfach vielleicht schon seit ein paar Monaten oder seit Jahren mein Angebot habe, dann habe ich ja wahrscheinlich auch irgendwo Reichweite gesammelt. vielleicht habe ich eine E-Mail-Liste. Empfehlenswert. Starke Empfehlungen, wenn man sie noch nicht hat. Oder ich habe vielleicht auf LinkedIn-Reichweite oder auf Instagram, auf Facebook, spielt eigentlich gar keine Rolle. Vielleicht habe ich auch ein paar direkte Kontakte. Und jetzt geht es ja nur darum, dass ich diese Interessenten, die mich schon kennen und eine grundsätzliche Vorstellung haben, was ich tue, dass ich die auf meine Videos aufmerksam mache. Und diese Videos, die arbeiten oder sind im Prinzip so wie ein Verkaufsgespräch, das ich selber nicht mehr führen muss. Das heißt, meine Videos fangen dann an, für mich entsprechend zu verkaufen. Erfahrungsgemäß kann man so ab circa 10 Videos, je nach Netzwerkgröße und je nach Zielgruppenkenntnis, wie gut diese Videos sind, mit den ersten Anfragen rechnen. Das ist schon in der Tat überschaubar. Und das ist insofern wahnsinnig spannend, weil diese Videos, die du jetzt gerade ansprichst, diese 10 Videos, sind ja nicht die typischen Videos, die die meisten machen ohne Anleitung. Also die meisten, die jetzt kein Coaching-Consulting-Programm haben, wo sie dann genau lernen, welche Schablonen muss ich denn wann benutzen. Die fangen ja aus dem Eigengefühl heraus an, mit den Themen, die sie jetzt für spannend halten, aber die sind es meistens gar nicht. Ja, ja, genau. Häufig, also man sieht immer automatisch die Standardfehler. Und zwar, also das, was man ja erstmal intuitiv macht, ist, dass man so nach links guckt und nach rechts guckt, was machen denn eigentlich so die anderen und dann mache ich es halt einfach ähnlich. Jetzt ist es halt so, dass es bei den allermeisten Leuten, die das versuchen, dass sie es halt einfach nicht sonderlich gut machen. Das heißt, ich schaue mir halt typische Fehler ab. Klassische YouTube-Videos gehen häufig so los mit Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ich bin der Jonathan. Auf unserem Kanal geht es normalerweise darum, wie man so seinen eigenen YouTube-Kanal aufbaut, um darüber Kunden zu gewinnen. Und in diesem Video, da wollen wir uns heute mal anschauen, wie funktioniert das denn eigentlich mit den YouTube-Funnels. Bleib dran, nach dem Intro geht es los. Dann kommt dein Intro und dann sage ich wieder genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Also heute hier in diesem Video geht es ja um dieses Thema. Und schon ist es eine Minute rum. Und das ist rotzlangweilig. Stimmt. Niemanden interessiert es. So, wenn ich auf ein YouTube-Video gehe, dann will ich doch nicht, dass mir jemand sagt so, hey, schön, dass du da bist. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass schon mal ein Like da. Sondern ich denke mir halt, hier wurde mir doch jetzt gerade eine Anleitung versprochen, wie ich hier mein Problem löse. Wir kommen auf den Punkt jetzt. Und wenn das halt nicht passiert innerhalb der ersten Sekunden, das kann jeder bei sich nachschauen, dann klicken da die Hälfte der Zuschauer direkt in den ersten Sekunden raus, teilweise mehr. 60, 70 Prozent hat man dann in den ersten Sekunden verloren. Und was dann passiert ist, also zum einen, Leute, die in den ersten Sekunden rausklicken, sehen ja den Content nicht, wissen nicht, wie gut es ist. Und dann kaufen sie natürlich auch nichts, ist klar. Das ist die erste Klatsche, die man bekommt. Und die zweite Klatsche ist, dass der Algorithmus dann sagt, naja, war ein schlechtes Video, weil die Leute, die klicken ja wieder raus. So, und das bedeutet dann wiederum, dass YouTube deine Videos halt nicht an neue Zuschauer vorschlägt. Das heißt, das langweilige Intro-Video zerstört mir meine Conversion-Rate und meine Reichweite. Richtig. Und das ist das, was fast alle machen. Das ist total verrückt eigentlich. Ich habe auch einen Kunden, da habe ich mir auch ein Video angeschaut und der hatte die ersten 40 Sekunden Intro. Was mit Musik und Co. Da habe ich auch gedacht, oh, dann spult man ja immer so ein bisschen vor und versucht dann an den Punkt zu kommen, wo es dann doch irgendwann losgeht. Und dann kam genau dieses Intro mit. Normalerweise geht es hier in dem Kanal um und jetzt machen wir aber dann... Da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen von der Zeit geprägt. Also ich glaube, dass das früher gar nicht schlimm war, weil die ersten YouTuber, die ja so angefangen haben, haben ja so angefangen und das war ja damals so schon fast fancy. Und wir sind alle so ein Stück weit TikTok erprobt, würde ich es jetzt mal nennen. Wir sind alle gewohnt, so dieses so, komm sofort zum Punkt, mach es spannend, hucke mich so hart, dass ich jetzt irgendwie unbedingt dieses Video sehen muss, sonst kann mein Tag gar nicht mehr weitergehen. Und dass ich mitten während der Arbeit aufhöre, weil das Video hat jetzt gerade Vorrang. Und ich glaube, das ist das, was wir alle lernen müssen, oder? Definitiv. Das ist ein starker Punkt. Und ich glaube, ein anderer Faktor spielt auch noch eine ziemlich große Rolle. Und zwar, wenn man sich anschaut, also woran orientiert man sich jetzt, wenn man mit YouTube startet? Dann guckt man sich ja nicht die kleinsten Kanäle an, die ebenfalls neu starten, sondern man guckt sich halt die größten Player an. Die größten Player machen das aber in der Regel nicht seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Das heißt, sie sind zu Zeiten groß geworden, als der Algorithmus anders funktioniert hat und als es deutlich weniger Konkurrenz gab. Das heißt, da haben sie sich eine Followerschaft aufgebaut. Und weil sie jetzt nicht dabei sind, sich eine neue Followerschaft aufzubauen, sondern weil sie ihre Stammzuschauer haben, gelten für sie sozusagen andere Gesetze. Das heißt, die dürfen diese ganzen Fehler machen, weil Zuschauer trotzdem klicken, weil das schon eine Vorbeziehung da ist. Dann sind Leute toleranter. Wenn ich weiß, hey, das ist mein Lieblings-Creator und ich weiß halt, ich muss die erste Minute überspringen, weil die interessiert mich nicht, aber ich bin es halt schon gewohnt, dann wird das nicht abgestraft. Das heißt, man darf sich nicht an den Leuten orientieren, die groß sind, weil die sind in einem ganz anderen Umfeld gewachsen, sondern ich muss mir die Leute anschauen, die jetzt gerade eben schnell groß geworden sind, aber die hat man in der Regel ja nicht auf dem Schirm. Spannend. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein paar richtig fiese Mysterien aufdecken, weil die habe ich bei dir schon im Training gelernt und die waren für mich so ein wirklich krasses Aha-Momentum. Ich dachte, wow, das habe ich echt lange falsch gemacht. Mein Gott, was würde man jetzt dafür bezahlen, diese Information früher zu haben? Da werden wir nochmal drauf einkommen, aber bevor wir da reingehen, würde mich jetzt als allererstes interessieren, woher kommt die Zitrone? Ein Verweis auf deinen Podcast, der natürlich wundervoll ist, also für alle, die ihn nicht abonniert haben, abonniert den Podcast von Logical Lemon, aber der Verweis auf den Podcast funktioniert jetzt nicht. Na gut, okay, das hast du ja clever eingefädelt. Ja. Also damals, als ich ohne Ahnung von Business, nun mein eigenes Business gegründet habe und ohne Netzwerk, ich hatte niemanden, den ich fragen konnte, dachte ich, dass der Name einer Company extrem wichtig ist und darum habe ich da sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich eine Company gründe, dann muss der Name natürlich englisch sein, weil ich werde ja sicher internationalisieren, und man muss sich so groß denken. Ja, klar. Das ist ohnehin schon mal logisch. Dann, der zweite Punkt ist, ich hätte jetzt gerne, dass es brandable ist, also dass es einen Wiedererkennungswert hat. Nicht irgendein abstraktes Logo, sondern etwas, was man eben so kennt. Eine Zitrone beispielsweise. Klar. Da könnte man fast denken, du hast dich an so einem Apfel orientiert. Man könnte das meinen. Okay. Dann, der nächste Punkt ist, es sollte eine Alliteration sein, dass man es sich einfacher merken kann. Wie übrigens alle Superhelden bei Marvel. Von Bruce Banner über, wie sie alle heißen, ja, alle. In der Tat. Alliteration, macht Sinn. Sind wichtig. Und dann bin ich alle englischsprachigen Adjektive durchgegangen und es sind nur zwei hängen geblieben. Das eine wäre Lazy Lemon geworden, aber da war die Assoziation nicht ganz so schön. Die sah allerdings cool aus. Es gibt noch so eine Handzeichnung von einer Zitrone mit Sonnenbrille, die relativ cool an so einem Pfosten lehnt. Sieht wirklich gut aus, aber es ist dann die logische Zitrone geworden, die vielleicht auch besser zu meinem Background als Physiker passt. Wollte schon sagen, also wenn irgendwas passt, dann ist es die Logik. Ich kenne niemanden, der so Daten basiert auf solche Themen wie Algorithmen und Social Media eingehen kann, wie du. Von daher Logical Lemon. Okay, hab's verstanden. Sehr schön. Dein Unternehmen, du machst ja in dem, wie du es machst, habt ihr ja auch ein paar Sachen wirklich komplett anders gemacht als so die meisten, die man im YouTube-Kontext findet. Also ihr geht ja gar nicht so auf diese, wie musst du ganz genau deinen Kanalbanner generieren, sondern ihr seid ja schon wahnsinnig an dem langen Hebel immer interessiert, wie setzt man das Ganze strategisch an dem Punkt an. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist das Programm aufgesetzt, was ihr bei Kunden umsetzt? Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Also ganz viele Sachen, die im Markt so als Tipps kursieren, funktionieren in der Praxis nicht. Das habe ich für mich selber festgestellt, dass ich meinen eigenen Kanal aufbauen wollte. Das hat halt einfach nicht geklappt und erst als ich dann und ja einfach selber angefangen habe, nachzudenken, den Algorithmus zu analysieren, hat es dann halt so wirklich zum Durchbruch geführt und einfach nicht zu durchschnittlichen Ergebnissen. Der Durchschnitt ist nicht gut, sondern zu wirklich überdurchschnittlichen Ergebnissen, wo es richtig Spaß macht. Und genau das, also alle diese Erkenntnisse, die ja häufig marktkontrier sind, die geben wir entsprechend an unsere Kunden weiter. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, das geht gar nicht so sehr um Reichweite auf YouTube, sondern am Ende des Tages, als Unternehmer, von Klicks und Abonnenten kann ich meine Rechnung nicht zahlen. Wenn ich meinen Mitarbeitern sage, so ja, also du kriegst diesen Monat kein Gehalt, aber schau mal, ich habe tausend Abonnenten mehr, das wird nicht so gut funktionieren. Also geht es letzten Endes um das Thema Conversion. Und wir haben das bei uns so systematisiert, dass es einfach unterschiedliche Videotypen gibt. Es gibt Videos, die sind besonders gut darin, dass sie konvertieren, also Interessenten, die schon kurz vor einer Kaufentscheidung stehen, ihnen den letzten Schubser geben, dass sie sich melden. Und damit starten wir immer. Weil es gibt ja schon ganz viele Interessenten, die können einen, die brauchen nur noch diesen letzten Schubser. Das ist immer so der erste Start. Das heißt, da geht es uns gar nicht um Reichweite. Ganz im Gegenteil. Wir nutzen YouTube noch nicht mal als Plattform YouTube, sondern eigentlich nur als Webposter, auf dem wir Verkaufsgespräche in Videoform ablegen und YouTube ist halt einfach der beste Webposter für Videos. Genau. Und was wir dann machen, ist, wir bauen Funnel auf. Das heißt, wir setzen dann andere Videotypen drauf, die einfach besser sind für Reichweite, dass dann auch mal der Kanal für mich arbeitet, viele neue Interessenten auf mich aufmerksam macht und die dann einfach durch so eine Reihenfolge an Ideen durchlenkt, dass sie einfach jemand zunehmend mehr versteht. Dieses Angebot, das ist super, das sollte ich mir auch mal näher anschauen. Also das heißt, wir funneln von Videos auf andere Videos, dass jemand dann durch die richtigen Ideen durchläuft, um dann letzten Endes eine informierte Kaufentscheidung treffen zu können. Das heißt, ich kann es so verstehen, ich bin als potenzieller Kunde bei YouTube unterwegs, bin auf der Startseite, bin bei meinen Lieblings-Creatoren, bin irgendwo unterwegs und bekomme dann auf einmal ein Video zu sehen, was ein allgemeines Problem-Teaser hat, wo ich mich auch wiedererkannt fühle, wo ich dann dich reden höre und das ist kein Verkaufsgespräch, sondern da geht es wirklich um Content, um mach mir das Thema auf und danach verweist du mich auf andere Videos und in den nächsten Videos, umso mehr Videos ich mir angucke, umso wärmer wird das Gespräch und umso mehr in die Richtung Verkauf geht es auch, sodass ich am Ende dann irgendwann auch sage, okay, wie funktioniert das jetzt ganz genau und dann komme ich eigentlich bei den richtigen Verkaufsvideos an und konvertiere dementsprechend auch. Ja, ganz genau, das ist die Idee. Okay, das ist ziemlich smart, weil um gleich mal eines der häufigsten Themen, die ich so im Markt immer gehört habe, du musst Videos machen, wo du Politiker erwähnst, weil die Videos sind natürlich super viral und damit kriegst du wahnsinnig viel Reichweite. Und da muss man sagen, das stimmt. Nur von denen kann ich mir nichts kaufen. Das ist richtig, genau. Das ist leider eine häufige Falle, da habe ich schon mehrere an sich gute Selbstständige und Unternehmer gesehen, die halt in diese Clickbait-Falle reingegangen sind, weil es sind einfache Views. Also gerade, wenn man polarisierende Themen angeht, ein bisschen Politiker basht, brauche ich, ich muss nicht gut sein in der Videoproduktion. Ich muss nur Leute in Rage versetzen und das ist halt viel einfacher. Aber was dann in den allermeisten Fällen passiert ist, die Leute haben sich ihre Brand zerschossen. Also heißt ganz konkret, sie hatten auf einmal viel mehr Reichweite und viel weniger Anfragen, weil die potenziellen Kunden haben sich auf einmal nicht mehr mit der Marke identifiziert, wurden abgeschreckt. Ich kenne nur ganz wenige Ausnahmefälle, wo das Geschäftsmodell sehr gut passt zu diesen Angstthemen. Also drei, um genau zu sein. Alle anderen, und das sind Dutzende, die haben sich so einen großen Schaden zugefügt. Und das ist wirklich bitter, weil man investiert ja trotzdem Zeit und Herzblut da rein und denkt, man ist auf dem richtigen Wege und eigentlich schadet es einem unter den Strich und kostet so viel. Wahrscheinlich ist der Schaden auch gar nicht dieses, ich habe mal ein Video gemacht und habe jetzt, weiß ich, Trump gebashed, sondern der Schaden ist wahrscheinlich eher, der Algorithmus hat mich jetzt anders kategorisiert und wenn jetzt normale Videos kommen, merke ich bei meinen Abonnenten, die interessiert es gar nicht mehr in der Algorithmus kommt durcheinander und kann gar nicht mehr für mich targetieren und gar nicht mehr für mich arbeiten, sondern eher gegen mich. Definitiv auf Algorithmus-Ebene, aber eben auch auf der Ebene das, was Leute mit mir assoziieren. Wenn wir, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, einen kurzen Ausflug Richtung Brand zu machen. Machen wir doch. Okay, weil das ist ein sauspannendes Thema. Also das, was eine Brand ist, ist im Wesentlichen das, was Leute mit mir assoziieren und das, was diese Brand tut, ist das Verhalten beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal Clickbait auf meinem Kanal mache, das heißt, ich verspreche in Titel und Thumbnail mehr, als ich im Video halte, dann werde ich mehr Views bekommen, weil das ist ja interessanter als sonst und Leute wissen nicht, dass das Video eigentlich nicht liefert. Das stellen sie aber dann im Lauf des Videos fest. Wenn ich das einmal mache, mehr Views. Wenn ich das zehnmal mache, dann kriegen das langsam Leute schon so raus, hier wird mehr versprochen, als gehalten wird und wenn ich es hundertmal mache, dann hat es wahrscheinlich selbst der langsamste Zuschauer verstanden. Und was dann passiert ist, ich kann objektiv total interessante Videos haben, aber niemand klickt mehr drauf, weil Leute einfach wissen, ich kriege hier nicht das, was eigentlich versprochen wurde. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Oder vielleicht zehnmal. Ja. Aber das fehlt mir gerade so ein. Ja, und also ich glaube, das ist der viel größere Schaden, der allerdings unsichtbar ist. Weil also das, was wir mit Marketing tun, ist ja, also wir ändern ja sozusagen die Gehirnstruktur unserer Zuschauer. Also da bilden sich ja Assoziationen in den Köpfen. Und ich glaube, das vergisst man sehr, sehr schnell und denkt nur auf Algorithmusebene. Aber eigentlich, eigentlich hat man sich halt mit den Menschen, die man ja eigentlich erreichen möchte, denen man helfen möchte, mit denen hat man sich halt verbaut. Ich glaube, das ist der deutlich größere Schaden. Ich würde jetzt gerne noch mal zu einem Thema kommen, was in dem Training für mich so ein krasser Gamechanger war. Bis dato hatte ich immer Videos produziert, weil ich habe mir dann Gedanken gemacht, was für Videos, was kann der Content sein, was ist für die Leute spannend, wo habe ich irgendwelche guten Content-Nuggets, die ich rausgeben kann oder rausgeben möchte. Und habe dann das Video produziert und danach habe ich mich hingesetzt und habe dann den Titel und den Thumbnail gemacht. Und für mich war ein echter Gamechanger, dass ihr diesen Prozess komplett anders macht. Wie empfiehlst du das? Also, die Sache ist die, auf YouTube existieren die Videos ja nicht einfach so. Sie werden ja nicht automatisch abgespielt, im Gegensatz zu TikTok und Instagram. Das heißt, Leute müssen sich erst mal entscheiden, dieses Video zu sehen. und das, was sie als Entscheidungsbasis nehmen können, ist, abgesehen von der Vorerfahrung mit der Brand, ist natürlich nur Titel und Thumbnail. Mehr wird mir ja nicht angezeigt. Das heißt, der Titel und das Vorschaubild, die setzen eine gewisse Erwartungshaltung, die ich an den Inhalt habe. Und wenn diese Erwartungshaltung nicht aufgegriffen wird, am Anfang des Videos, dann habe ich den Eindruck, oh, hier wurde zu viel versprochen, was öfter mal der Fall ist, oder hier wurde das Falsche versprochen, jetzt bin ich weg. Das heißt, ich muss ja erst mal wissen, mit welcher, also, wie will ich Leute motivieren, auf mein Video zu klicken und dann, welche Erwartungshaltung haben sie? Und erst dann weiß ich, was ich am Anfang im Video sagen kann. Und erst dann funktioniert es so wirklich gut. Weil, wenn man es andersrum macht, dann sage ich halt irgendwas in den ersten Sekunden, was wahrscheinlich relativ langweilig ist. Und wenn ich jetzt dann versuche, Titel und Thumbnail nachträglich zu basteln, bin ich ja komplett eingeschränkt. Weil ich muss ja trotzdem die Erwartungshaltung aufgreifen, aber ich versuche es irgendwie interessant zu machen und das Video zu verkaufen, aber es klappt halt dann einfach nicht mehr. Ich beraube mir quasi alle Optionen, die ich, oder der meisten Optionen, die ich habe, um das Video spannend zu machen. Weiß nicht, ob das zu abstrakt war, aber in konkreten Zahlen gesprochen, wenn man seine Titel und Thumbnails halt einfach halbwegs gut macht, dann kriegt man erfahrungsgemäß ungefähr zwei bis dreimal so viele Views, wenn man alles andere gleich lässt. Zwei bis dreimal so viel. Ich meine, ich muss die eh machen. So, dann kann man sie ja eigentlich auch richtig machen und kriegt halt das zwei- bis dreifache Ergebnis. Wo kriegt man das denn? Also, das ist so ein easy win, die hat man ja normalerweise im Business gar nicht. Und das klappt halt einfach nur dann gut, wenn ich es davor mache. Ja, also dieses, genau diese Kette umzukehren, das war ein sensationeller Gain-Changer. Und ich merke es auch jetzt im Training, ich gebe ja immer diese ganzen Titel und Thumbnails bevor ich das Video produziere rein und ich merke auch, dass durch die Feedback-Schleifen, die ich da durchlaufe, die Sachen noch drei, viermal anders anpassen und dann merke, oh, jetzt muss ich aber auch den Content eigentlich wieder ein Stück weit anpassen und dann matcht es wieder mit dem Titel und Thumbnail. Also, es ist tatsächlich eins der coolsten Learnings, die so ein Quick Win sind, aber eigentlich, wenn man es durchdenkt, so offensichtlich, so logisch die Trottel dann eben. Ja, sehr, sehr cool. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, auf YouTube zu gehen? Ich meine, die Welt ist groß. Ja. Physiker ist jetzt auch nicht so zwingend nah am Social-Media- YouTube-Thema dran. Ja. Was war so der Punkt? Warum YouTube? Genau, also ursprünglich habe ich ja einen Master in Physik und während der Masterarbeit habe ich festgestellt, dass die Arbeit im Labor nicht so das ist, was mich jetzt wirklich erfüllt. also da für sich alleine jetzt über irgendwelchen Proben gebeugt zu stehen bis Mitternacht im Labor. Das war nicht so meine Welt. Also das, was ich gerne mache, ist Sachen verstehen, darum auch das Physikstudium und Sachen systematisieren und so erklären, dass es für Leute halt einfach ist, dass sie sagen, oh, das macht Sinn. Und genau das war dann im Wesentlichen auch der YouTube-Kanal, mit dem ich gestartet habe. Da ging es einfach darum, kompliziertere Sachverhalte einfach so runterzubrechen, dass sie einfach Sinn machen, dass sie logisch sind. Also das ist einfach das, was mir selber sehr viel Spaß macht. Und dann im Rahmen des Kanalaufbaus, also ursprünglich war ich ja sozusagen Influencer, habe ich dann festgestellt, so diese ganzen Tipps. Also ich habe mir natürlich am Anfang auch Wissen geholt. Damals hatte ich nicht viel Geld direkt nach dem Studium. Das waren dann so 10 Euro Udemy-Kurse mit fragwürdiger Qualität und fragwürdigen Tipps. Die haben ja auch einfach nicht funktioniert. Aber Wissen einkaufen ist grundsätzlich ja schon der gute Weg, weil bevor man alle Fehler selber macht, das ist nicht so sinnvoll. Auf jeden Fall habe ich da nicht die richtigen Ratschläge bekommen, die ich gebraucht hätte, dass der Kanal überhaupt wachsen kann. Also musste ich halt selber nachdenken. Aber das war eine, also ganz nützlich aus dem Studium, wenn man einfach versteht, wie Modelle funktionieren, wie Algorithmen funktionieren, wie man Daten auswertet. Und dann ist es mir sozusagen gelungen, den Algorithmus zu knacken, in Anführungszeichen, also zu verstehen, also das ist ein Computerprogramm. Das entscheidet ja nicht auf Bauchgefühl, den mag ich und den nicht, weil es hat ja keinen Bauch. Das entscheidet auf Zahlen und Zahlen sind messbar, sie sind beeinflussbar. Das heißt, man kann einfach testen, was da gut funktioniert. Ja, das ist mir dann gelungen für meinen Kanal, der ist dann explosionsartig gewachsen, also hochgeschnellt innerhalb von zwei Monaten von einigen 10.000 auf 150.000 Abonnenten. Das war damals der größte Kanal mit Abstand in diesem Bereich. Es gab keinen größeren Kanal mehr und das ist innerhalb mit einem Fingerschnippen, nachdem ich verstanden habe, wie das ging, ist dieser Kanal hochgeschossen. Dann habe ich da so meine Kollegen gefragt, die ich dann kennengelernt habe, so YouTuber-Kollegen, wie ich das gemacht habe und dann habe ich sie halt gezeigt. Das hat für sie halt auch einfach super funktioniert. Und dann ist so langsam die Idee gereift, ich habe hier etwas rausgefunden, das ist nützlich. Andere Leute brauchen das. Und ja, so ist dann im Prinzip die Beratung entstanden, dass wir einfach dieses Wissen jetzt weitergeben an Leute, die Experten auf ihrem Bereich sind. So, ich war ja kein Experte, jetzt die Themen waren Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe halt ein Buch gelesen und dann habe ich es zusammengefasst, aber es war halt nicht so mein Experten-Thema. Und ich denke, dass die Leute, die wirklich Ahnung haben, wie du zum Beispiel, ich meine, du machst seit so vielen Jahren dieses Thema E-Mail-Marketing. Es gibt wahrscheinlich hier in der DACH-Region keinen, der einfach besser qualifiziert ist für dieses Thema. Und ich denke, solche Leute, die, die eigentlich die Bücher schreiben, die sollten doch dann auch die Reichweite haben. Genau, das war dann so so mit der Antrieb, diese Beratung daraus zu machen. Sehr, sehr coole Geschichte. Kann ich mir auch gut vorstellen, wie du noch im Labor stehst und dann der Meinung bist, nee, da musst du noch was anders machen. Also wir fassen mal kurz zusammen. Ich brauche auch, also den Kanal, ich kann innerhalb der ersten zehn Videos auf jeden Fall schon Umsatz generieren oder Anfragen generieren zumindest. Es geht nicht um Reichweite, sondern es geht wirklich um eine Zielgruppensichtbarkeit und dann die Conversion. Wenn ich Videos produziere, geht es nicht um Clickbaiting, sondern es geht darum, hochwertigen Content zu generieren und vor allem Titel und Thumbnail sind das absolute A und O, werden zuerst produziert und danach überlege ich, wie mache ich das Video und alle Formen von langen Intros, bitte don't do it. Jetzt würde mich da noch interessieren, du bist ja auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, nicht nur, weil der Kanal damals viral ging, sondern auch im heutigen Stand mit deinem Programm. Du hast ihn mittlerweile über ein Dutzend Mitarbeiter in deinem Team, du bist erfolgreich, ihr habt Wachstumskurs, ihr habt eine volle Pipeline. Was sind, wir wissen auch, die meisten Anfragen kommen über YouTube, da machen wir einen Haken dran. Was sind so deine zwei, drei Lieblingstools, die du so in deinem Arbeitsalltag benutzt, die dir dein Leben einfacher machen? Also mein Leben wurde drastisch einfacher gemacht durch unsere Geschäftsführerin, durch die Aileen, weil sie mir im Prinzip alles abnimmt, was mit dem operativen Geschäft zu tun hat, dass ich einfach mehr Zeit habe, um mich in neue Themen reinzudenken, um einfach besser zu verstehen. Wie können wir unsere Programme noch mehr optimieren, dass Leute noch schneller Ergebnisse haben und besser vorankommen und so für das eigene Marketing. Also das wäre das Tool sozusagen. Gut, das Schweizer Taschenmesser zieht jetzt nicht. Wir brauchen ja nochmal ein bisschen was anderes, was die anderen auch buchen können, weil Aileen ist ja leider nicht für andere Unternehmen verfügbar. Das ist so. Gut, also mein Arbeitsalltag hat sich natürlich dadurch sehr, sehr stark gewandelt. Also das, was mir hilft, um neue Sachen zu entwickeln, ist, dass ich meine Gedanken einfach mal so sortieren kann. Dafür nutze ich sehr, sehr gerne Mindmaps, weil man da Zusammenhänge einfach schneller erkennt. Also das ist ein sehr nützliches Tool. Mindnode heißt das, um einfach neue Dinge zu entwickeln. Aber wenn ich es jetzt mal globaler auf Unternehmensebene betrachten würde, dann war es definitiv auch, dass, also wir hatten ganz schlimme Probleme in Sales. Also das haben wir einfach nie so wirklich gemeistert. Und da einfach mal Ordnung reinzubringen, Prozesse nachzuziehen und insbesondere diese Messbarkeit einzuführen, dass man überhaupt mal sieht, was machen die Mitarbeiter eigentlich den ganzen Tag? Wie gut sind die denn eigentlich? Und wenn wir jetzt Änderungen einführen im Sales-Prozess, wie wirkt sich das wirklich auf die Zahlen aus? Das war schon ein Game-Changer. Einfach mal quantitativ an die Sache ranzugehen, statt einfach nur zu sagen, ja, jetzt dies, wir machen mal das, wird schon irgendwie besser werden. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so die Frage gut beantwortet. Also wir haben einmal Aileen als Universalgenie. Wir haben Mindnode. Ich dachte, ich arbeite mit Mindmeister, aber Mindnode, gut, gibt es ja viele Tools, die können im Endeffekt alles gleiche. Ist ja auch okay. Und der wichtigste Game-Changer, das CRM-System im Vertrieb. Ihr arbeitet, glaube ich, mit HubSpot. Das heißt, CRM-System, Ordnung reinbringen, Strukturen reinbringen, Prozesse, Messbarkeit, Sichtbarkeit. Also im Vertrieb die Zahlen zu kennen. Ja, und genau, vor allem im Vertrieb, das war für uns ein Game-Changer und jetzt allgemein aufs Unternehmen betrachtet natürlich auch, weil, also häufig ist es ja immer so ein Mysterium, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt für mich? Wie bringe ich mein Unternehmen zum Wachsen? und die meisten Entscheidungen sind ja dann, also ich weiß, wie ich sie früher getroffen habe, das war halt dann einfach so, oh, das klingt gut, lass uns das jetzt auch mal noch zusätzlich versuchen und das war nie eine gute Idee. Es ist häufig so, man, die Sachen, die funktionieren, die macht man eigentlich schon und man muss jetzt einfach nur mehr davon machen, man muss sie besser machen, bevor man irgendwas neu macht, aber damit ich weiß, muss ich jetzt mehr davon machen, muss ich es besser machen, ich brauche halt Daten, so, ich brauche halt die Zahlen und ich glaube, ab einer gewissen Umsatzgröße, wenn man mal einige 10.000 Euro macht, jeden Monat spätestens ab 100.000, denke ich, muss man eigentlich mit Zahlen anfangen, sonst ist man blind unterwegs, man hat ja nicht mal ein Ziel, zu dem man kommen kann, weil man kann nur sagen, ja, ich würde gerne mehr Umsatz machen, lass uns jetzt ein Umsatzziel, aber was sind denn die, also Umsatz ist die Konsequenz aus Dingen, die man tut, aus Anrufversuchen, die man macht, aus Content, den man produziert und da, also da brauche ich Klarheit in den Zielen, da brauche ich die Messbarkeit drin, in den Maßnahmen, um zu bewerten, ob sie gut sind oder nicht. Ich glaube, das war ein teures Learning, es hat lang genug gedauert. Dann kommen wir auch gerne nochmal zu dem, was war in der Vergangenheit dein größter unternehmerischer Fehler? Der größte? Von mir aus, die Top 3. Ach ja, da gibt es so viele, ja. Also im Prinzip unüberlegt Sachen zu machen. Also wenn ich will, dass mein Unternehmen wächst, dann habe ich dafür nur wenige Pfade. So ich kann mehr Neukunden gewinnen, ich kann Bestandskunden wieder erhöhen und ich kann einfach nochmal für mehr Zuverlässigkeit in diesen beiden Aktivitäten sorgen. Und wir haben viele Sachen gemacht, die wir einfach nicht so verargumentieren konnten, bringt uns das jetzt mehr Neukunden, bringt uns das mehr Bestandskunden. Das war halt einfach so, das klingt nach einer guten Idee, wir machen die jetzt auch. Logo Rebrand. Zum Beispiel. Das sah mal ein bisschen anders aus, das Logo. Ja, wir müssen jetzt die Brandingfarben überarbeiten, das ist es sicher. Game Changer, schlechthin. So dämliche Sachen, also wo ich jetzt halt einfach den Kopf schütteln kann, aber früher wusste ich es halt einfach nicht. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich so der Metafehler zusammengefasst, also einfach Unklarheit, wie das wirklich das Unternehmen zum Wachsen bringt. Ich konnte es halt einfach nicht argumentieren. Wir müssen natürlich auch in der heutigen Zeit ganz dringend fragen, was hat KI in der letzten Zeit verändert im Punkt auf YouTube-Marketing? Gibt es mittlerweile sehr viele KI-Videos, die gut funktionieren, lässt man sich den Content mit KI generieren. Bist du Fan? Was empfiehlst du? Wovon redest du ab? Also ich glaube, KI kann in den nächsten Jahren ein gewaltiger Game Changer werden. Also es ist immer schwer, das Potenzial abzuschätzen, aber wenn man jetzt zum Beispiel schon einige hundert Stunden Videomaterial von sich hat, dann sollte es gut möglich sein, dass man davon das einfach in eine KI füttert und daraus einfach neuen, originellen Content kreiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktionieren wird. Ich glaube nicht. Also nach meiner Erfahrung funktioniert es aktuell noch nicht gut genug, um irgendwelche KI-Videos zu machen. Es ist halt eine sinnvolle Unterstützung. Also wenn ich jetzt mir unsicher bin, wie nenne ich mein Video am besten, wenn ich jetzt mich gerade nicht sonderlich kreativ fühle und keinen habe, den ich fragen kann, der es besser weiß, dann kann ich einfach eine KI nach Ideen fragen. Titel sind einfach wahnsinnig wichtig. Vielleicht auch ein bisschen ja, es ist Ideenlieferant, aber Feinschleif mit der eigenen Zielgruppenkenntnis muss man immer. Also es nimmt einem die Arbeit nicht ab, aber man schafft halt mehr in derselben Zeit, um mal eine ganz generische Antwort zu geben. Kann ich mitleben, passt soweit. Okay, dann für mich last but not least, dein Unternehmerappell an alle. Mein Unternehmerappell. Also ich glaube, der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich am Anfang mir gedacht habe, ich finde das alles selber raus, weil ich bin noch ein ganz smarter Kerl, das kriege ich schon hin. Aber mir war das Opportunitätskosten, glaube ich, nicht bewusst genug, weil jeden Monat, den man jetzt einfach eine beliebige Zahl zu nennen, in dem ich nicht weiß, wie ich 100.000 Euro mache, verliere ich ja genau diesen Differenzbetrag. Sagen wir, ich bin auf 10.000, dann verliere ich quasi 90.000 Euro jeden Monat. Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt mehr arbeite als früher. So, ich arbeite halt jetzt an den richtigeren Sachen. Also entweder an den richtigeren Sachen oder ich mache sie halt jetzt richtiger. Und also die Zeit kommt ja nicht wieder. So, man kann einfach sehr viel seiner Lebenszeit mit unnötigen Sachen verschwenden und kann, also es ist einfach so schwer zu sehen, was man selber falsch macht und es macht einfach immer Sinn, Leute zu fragen, die es einfach schon gemacht haben, die es gelöst haben. Ja, das würde ich meinem Jüngeren nicht empfehlen und also das ist auch so, wie wir es jetzt gerade machen. Wir holen uns halt einfach Wissen von Experten ein. So, warum warten? Warum die alle Fehler selber machen, wenn es andere schon rausgefunden haben? Granios. Vielen Dank, sehr schönes Schlusswort. Also, YouTube nach wie vor super aktuelles Thema, eigentlich aktueller denn je, weil die Zielgruppe mittlerweile komplett vertreten ist. Wir können innerhalb kürzester Zeit hier auch immer noch wirklich Kunden generieren, aber natürlich auch Sichtbarkeit, Reichweite, Expertenstatus und das idealerweise natürlich in kürzester Form ohne Zeit zu verschwenden mit Logical Lemon an der Seite. Lieber Jonathan, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon auf unser nächstes Video. Vielen Dank, René. Vielen Dank,